Musik Moin! Applaus Aufgestanden und vom Glück beschienen und der Nordsee zugewandt. Er stand am 1. November der Niedersachse und zwar als Kreuzung aus mehreren Farbschlägen. Dem schwarzen Oldenburger, dem roten Hannoveraner, dem Braunschweiger Schimmel und dann wurde auch noch das Pony aus Schaumburg eingekreuzt. Daraus hat sich ein robuster Menschentyp und Mehrnutzungstyp sogar entwickelt, den man überall einsetzen kann. Als VW-Betriebsrat, Schweinemäster, Rockmusiker, Gleichstellungsbeauftragte und wenn man ihn lange genug auf die Weide schickt, sogar als Ministerpräsident. Das liegt natürlich unter anderem an seiner genügsamen Ernährung. Es gibt drei niedersächsische Spezialitäten, verbrannt, versalzen und von gestern. Alle drei sorgen dafür, dass man sich nicht so lange bei Tisch aufhält und deshalb die ganze Arbeit liegen bleibt. Auch Kühe fressen ihr ganzes Leben dann dasselbe und sind deshalb unglücklich? Ne, siehst du. Spezialitäten sind der Oldenburger Grünkohl. Durch ihn hat der Vegetarismus seinen Schrecken verloren. Und durch den Spargel entstand der Austausch mit Polen. An sich brauchen wir nicht viel zum Glücklichsein. Ein paar heile Gummistiefel für draußen und drinnen jemanden, der nicht mit einem spricht. Denn keiner bei uns in Niedersachsen verwendet ja ohne Not Wörter mit mehr als eine Silbe. Moin, Tag, Jau, was, nee und klar. Das letzte Wort steht sogar als Begrüßung einer Autobahn. Da fragt sich der Reisende sofort, ob die hier noch alle Latten am Zaun haben. Doch an sich ist der Niedersachse innerlich unheimlich gut drauf. Aber für welche nicht von hier sehen die alle aus, als wenn sie eine lange Haftstrafe vor sich hätten. Denn ein Optimist in Niedersachsen ist einer, der sagt, die Flasche Korn ist halb leer. Denn er ist nämlich halb voll. Pessimisten gibt es hier gar nicht. Weil morgen ist auch noch ein Tag. Und wer weiß, ob wir dann noch am Leben sind. Was soll ich mich da heute ohne das drüber aufregen? Der Eingeborene hat die Ruhe weg. Diese Haltung sieht man auch in der Politik. Hier regieren meist abwechselnd rote und schwarze Parteien. Warum, warum nicht? Ist doch egal. Sogar Grüne gibt es hier in rauen Mengen. Kommt nicht drauf an. Selbst wenn hier Außerirdische landen, würden sie bald einziehen, dass sie wieder abziehen müssen, weil ihnen die Dickfälligkeit von den Großsäugern auf Nüsse geht. Die Eingeborenen von hier erzählen nie, wie gern sie hier sind in Niedersachsen. Aus lauter Angst, andere könnten dann ja hinziehen. Sagen wir aus Berlin. Und die ganze Stimmung wäre kaputt. Und noch wichtiger, bloß nicht rumprotzen. Ruckzuck bist du Nettozahler im Länderfinanzausgleich, hast Bremen an der Backe. Ne. Was die Niedersachsen am meisten brauchen, ist Platz um sich um zu. Freiwillig rücken die keinen anderen auf die Pelle. Als es jetzt hieß, bitte 1,50 Abstand halten, grenzte das für Niedersachsen schon an Engtanz und Klammer bloß. Dass diese Menschenform sich überhaupt fortgepflanzt hat, das ist ein Wunder. Dafür wurde seinerzeit das Schützenfest erfunden. Es ist die Paarungszeit des Landbewohners. Das ist auch immer im Juni oder Juli, damit die daraus entstehende Niederkunft der Weibchen nicht in die Erntezeit fällt. Denn Mutti muss mit auf den Ladewagen und Strohbunde fangen. Kultur ist ja auch eher weniger. Hauptsächlich Kulturdenkmäler, das heißt, da war früher mal Kultur. Es gibt allerdings einen Kultusminister, aber der Name täuscht. In Wahrheit geht es dabei hauptsächlich um Lehrer, also um was ganz anderes. Der größte Kulturträger in Niedersachsen ist die Landschaft. Und für die Pflege der Kulturlandschaft ist der Bauer zuständig. Weil er aber dafür kein Geld kriegt, scheiß da drauf. Und das auch nicht mal selber, sondern das machen andere für ihn. Er fährt hier bloß rum in sein Güllefass. Das dazugehörige Fest ist der 31. Januar und nennt sich Güllesilvester. Ist an sich sogar der höchste niedersächsische Feiertag überhaupt. Da werden die Güllefässer geschmückt und alle freuen sich auf die Aussegnung des braunen Goldes am folgenden Tag. Im Herbst, jetzt um diese Zeit, feiern wir noch das Mais-Häcksel-Festival. Monster-Maschinen fressen sich durch die Felder und rotzen den verdauten Mais auf riesige Anhänger. Mitten auf dem Feld bleibt noch so eine Art Tonsur stehen. Da lockt das die Wildschweine an. Alle Jäger rotten sich umzu und ballern da wie wild rein, bis der Schwarzkittel mit erhobenen Vorderhufen aus dem Feld hinaustritt. Mais gibt's hier ganz viel. Schadet ja nix. War vorher auch nicht viel schöner. Was nützt einem, wenn die malerische Landschaft, da kriegst du nie eine Baugenehmigung für den Schweinemassstab. Was willst du da also mit, ne? Allmächtig fragst du dich natürlich, wie kommt so einer überhaupt zurecht im Leben, so Niedersachse? Ganz einfach. Der Rheinländer ist lustig, der Niedersachse hat Humor. Wenn man lustig ist, sagen wir mal Karneval, vergisst man für ein paar Stunden den Ernst des Lebens. Mit Humor nimmt man das Leben insgesamt nicht ernst. Und vor allen Dingen sich selbst nicht. Das ist der Unterschied. Der Charakter des Niedersachse ist eben geprägt durch das vorherrschende Wetter. Wenn's Herbst wird und der Landregen von seinem unegalen Bruder dem Schiedwetter abgelöst wird, dann freut sich der Niedersachse ein zweites Pferd ins Landeswappen. Denn bei Schiedwetter kann er die Tür hinter sich zuknallen, die nasse Joppe an Haken hängen, Gummistiefel aus und von der Stube weht einem der Geruch von einem steifen Grock entgegen. Wie schön kann das Leben sein, wenn man es zu nehmen weiß. Und da sind wir eben Spitzenklasse. Heute sind wir alle als Niedersachsen 75 Jahre geworden und trotzdem Ostfriesen, Braunschweiger, Emsländer und sogar Männer und Frauen geblieben. Niedersachsen ist die Holding, unter der die einzelnen Marken erst mal geblieben sind. Das ist richtig aufleben. Volkswagen hat dieses Konzept kopiert, ist damit sogar zum Weltkonzern geworden. Niedersachsen ist das Land, das alles hat. Salzgitter, das Paris an der A39. Also, jetzt nicht Innenstadt Paris, mehr so die Vororte, aber trotzdem. Oder Lüneburg, die Stadt der Liebe, im Fernsehen am Vormittag. Bad Zwischenahn, das Acapulco des Bustouristen. Das kannst du alles in Niedersachsen erleben. Sogar Afrika, jedenfalls im Sommer, wenn Dürre ist in der Heide. Passende Löwen gibt es im Selengeti-Park. Wölfe laufen sogar flächendeckend zwischen Wolfsberaterinnen herum. Und Wolfsburg hat eine Autostadt, in der keine Autos fahren, sondern nur für Fußgänger ist. Da zeigt sich die Zukunft. Bei uns gibt es einfach mehr für selbe Geld. Besser geht es nicht. Niedersachsen ist demnach die Zuchtperle unter den Bundesländern. Und dazu können wir uns alle gegenseitig beglückwünschen. Ich sag mal, munter bleiben, bis zum nächsten Mal, zum Hundertjährigen. Vielen Dank.